So Leute, ich stehe hier immer noch an dem Punkt, wo wir Folge 8 beendet haben und was ist denn das da unten? Sprich mit dem NPC-Quest Binds. Erste Liebe, NPC Desert Scream, Eingang zum Vorstellabor, machen wir gleich. Lagerhaus der Diebe Dungeon, wo ist denn der... bitteschön. Gehen wir nach Lagerhaus der Diebe Gilde. Lagerhaus der Diebe Gilde... der Diebesgilde. Ah, okay. Das S habe ich hier oben überlesen. Tut mir leid, wir gehen nach Bloody Eyes, da müssen wir eh für die Kaktusfrucht auch hin. Die ist da unten, da, das lila Ausrufungszeichen. Und dann werden wir mal weitersehen. Hier. Beide haben eine Quest, ganz komischerweise. Einer hat eine Quest abzugeben, beziehungsweise Quest abzugeben und der andere hat eine Quest für uns. Oh Mann, möchte ich dir helfen? Nein, ich werde es aber tun. Runway, 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 Union Research Division. Das ist da rüber, das machen wir wahrscheinlich zuerst, weil der Dungeon... Ach, wisst ihr was? Wir gehen da jetzt einfach hin und dann sehen wir, was wir machen. Ich überlege nochmal, ob wir... Ach nee, Skills können wir ja nicht kaufen. Mensch, ich Idiot. Apropos, wir haben aber genug Dings, um die Rückstoßrüstung zu erhöhen. Dann noch Präzision. Und Eiswelle können wir auch nochmal einfach zack drauf machen. Zauberwelle natürlich auch. Und wenn wir schon dabei sind, Todesschuss auch. Regeneration, weiß nicht, ob es das überhaupt bringt. Ich habe das Level 4 bei meinem anderen. Aber eigentlich bringt es das nicht. Wisst ihr was? Wir machen jetzt schnell den Dungeon, damit wir kommen eh davor wieder raus. Dann können wir weitermachen. Oh, was ist denn hier los? Das ist ja schön. Dann machen wir mal das hier. 130 Verteidigungsrate bringt das sozusagen, Eva. Oh, ich dachte gerade, die Form hat das wieder eingebrochen. Aber das kann ja nicht sein. So, und mal gucken, ob wir den richtigen... Oh, One-Hit, was war denn das? Aber das war Kritiker, glaube ich, oder? Habt ihr das beobachtet? Oh, Helm plus 4. Aufheben, aufheben, aufheben. Wo ist er? Helm plus 4. Doch, das ist für uns. Helm. Unser Helm hat zurzeit 10 Dev. Was brauchen wir dafür? 35 Stärke haben wir noch lange nicht. Und 70 Geschicklichkeit haben wir noch lange nicht. Scheiße. Den hätte ich gerne tragen. Den würde ich jetzt gerne schon tragen, weil dann hätten wir wirklich viel Dev. Egal, da kommen wir noch zu. Ups, falscher Angriff. Standardangriff. Ist das, wenn man... Ah, okay. Standardangriff kann ich eigentlich aus der Leiste rausziehen. Ist mir gerade so aufgefallen. Wir sind Level up. Krass. Ja, wir brauchen davon 35. Und das machen wir einfach mal so nach und nach. Für andere Rüstungsteile brauchen wir das dann wahrscheinlich auch noch. Würde ich jetzt mal so grob schätzen. Deshalb können wir es ja schon mal mit anfangen. Alter, wir haben jetzt schon wieder 5... Zieht euch das mal rein, bitte. 7,7%. 9,8. Wir kriegen eiskalt mal einfach so... Wir haben jetzt schon wieder 13% und wir waren gerade hier drin im Level abgekommen. Alter, ey. Ich finde das so geil, dieses Spiel, ganz ehrlich. Das haben wir... So, einen Seitenkampffilm. Den können wir auch später tragen. Aber der ist ja plus 0. Der andere war doch plus 4, oder? Ja. Der plus 4 hat 13 Death mehr. Warte. 18 Death hat der. Und der hier hat 31. Und das heißt, was das doppelt fast... Ich sage nur fast. Das Doppelte von einem ungeplüsten. Ja. Da lohnt sich natürlich der geplüste, ne? Oh, jetzt habe ich wieder das hier gedrückt. So. Mal gucken, ob wir den richtigen erwischen. Nein, aber das ist gut. Dann kriegen wir mehr EP. Wir haben ja schon wieder 20% Korallenprisma. 25% Angriff. Ja, aber ist nicht so gut wie unseres. Unseres ist einfach nur unschlagbar. So, da sitzt jemand ganz frech auf dem Boden. Rinn. Mr. Bein hat mich geschickt. Haha, Mr. Kopf. Du hast den Lagerhaus der Diebesgilden... Dings geschafft. Ja. 13.000 EP gekriegt. Das heißt, der Dungeon am Ende hat weniger gegeben, als die paar Minuten da drin. Ja. Nicht schlecht. So, dann gehen wir mal weiter. Die Zombies fand ich früher immer voll cool. Die sind ja jetzt... Schlecht. Die schaffe ich ja mit One-Hit-Wertig. Ach, geil. Ja, scheiß, ey. Ja. Da oben müssen wir jetzt irgendwie... Wave-Dings da von den Anführern, schätze ich mal. Deshalb kloppen wir die einfach mal. Und... Boah. Ist auch schnell. Okay, der hat's nicht. Der hier, wette ich. Ich wette, der Dorb, das. Wetten wir? Ja. Geh doch. Aufheben und ab geht's nach Hause. Wir haben's ja... Ja, ich hab grad irgendwie gezweifelt, dass wir's aufgehoben haben. Ganz knapp. Leib... Ja, okay. Was soll ich tun? Okay, nimm die Einnahmen entgegen. Hä? Ja, auch nicht schlecht. Jetzt haben wir irgendwie Einnahmen gekriegt. Anscheinend. Ja, kann ich jetzt nicht bezweifeln. Da hinten haben wir noch eine rote Quest. Die geben wir gleich ab. Erstmal machen wir... Nehmen wir gleich an. Erstmal geben wir die hier ab. Und somit haben wir wieder hier nichts gekriegt. Schade. Da müssen wir hin. Also, ich werd das hier irgendwann AFK, wenn ich mal Bock und Lust habe, wenn ich AFK bin oder sowas, einfach mal auffüllen. Aber das kann ich nicht machen, während ich irgendwie zocken muss mit meinem richtigen Klingstürmer. Dann kann ich doch nicht hier AFK mich hiermit hinstellen. Okay, ich werd es tun, was auch immer. Staub aus der Kohlenmine. Nein. Wieder nach da oben. Okay, was hat der? Also, ihr seht schon, es ist hier wirklich mit Quest so richtig krass. Ja, ich geh hin und töte sie. So richtig überfüllt, sag ich schon. Khalid ist auch da oben. Dann machen wir das gleich mal. Aber vorher müssen wir irgendwas hier abgeben. Nein. Wo ist denn der VIP-Tresor? Ach, da oben auch. Ja, wenn wir da oben schon drei Sachen haben, dann gehen wir da nochmal hin. Ich würd's ja gerne mit dem Sprint machen, aber das geht immer noch unten links. Ähm, wenn mir irgendein Tipp gegeben wurde in Folge 8 oder so, ich hab das noch nicht gelesen, weil ich Folge 9 exakt nach Folge 8 gerade aufnehme. Deshalb nicht wundern, äh, wenn ich gerade überhaupt nicht auf irgendwelche Kommis eingehe. Hochgeladen hab ich auch jetzt Folge 4 und, äh, deshalb einfach, ich komme dann noch auf die Kommis zurück, wenn ihr mir Tipps gegeben habt. Falls es da Tipps gibt, sagen wir es so. Bumm. Tot ist er. Oh, Kristall von, ja, braucht man nicht. Wir haben die coolen Kristalle und wir müssen irgendwann mal unser Inventar ausfüllen, oder? Das mach ich einfach offscreen schnell hier, die ganzen Dinger verkaufen. Kriegen wir eh null Geld für das meiste. Insgesamt sind's vielleicht 10.000 oder so. Naja, auf jeden Fall werd ich das offscreen schnell machen. Das werd ich nicht noch mitten im Let's Play hier zeigen. Später werden wir's natürlich im Let's Play machen, aber gerade bringt es ja nix. So, was müssen wir denn hier killen? Zombie-Mädchen? Nein, ne? Null. Gut, dann machen wir mal den Anführer. Bumm. Und, was drop da? VIP-Tresor. Eine Quest erledigt. Nächste. Hoffentlich. Was müssen wir überhaupt machen? Staub aus der Kohlenmine. Kommt aber nicht rein. Also doch die. Nein. Den. Wir kloppen einfach hier mal rund um. Zack. Nix, der hier. Wir haben schon wieder übrigens 52%. Ich weiß gar nicht, weil wir mit diesem Let's Play, äh, mit welchem Level wir in Folge 9 angefangen haben, aber ich hoffe nicht allzu hoch. Weil dann haben wir schließlich schon was erreicht. So, Khalid ist dieser Boss. Hund. Elite. Ding. Level 29. Und wir gucken einfach mal, ob's klappt. Jawohl. Eins von eins. Armbänder. Hä? Warte. Ähm. Warte. Armbänder. Hier. MP plus 15. Haben wir. Ne, das ist der Gürtel. Armbänder. Ah, hier. Hier. HP raubt des Gesamtschadens. Bumm. Was haben wir hier eigentlich? Kritische Rate nur, ne? Wir kriegen jetzt 1% des Gesamtschadens wieder. Das heißt, wenn wir einfach mal hier so klappen. Ja, wir sind ja voll. Soweit ich's verstehe, kriegen wir 1% wieder. Allerdings klappt das nicht so, wie ich mir vorgestellt hab. Ring. Angriff und Magieangriff. Angriff oder kritischer Schaden. Ich würd mal sagen, Angriff und Magieangriff. Ja. Das bringt's. Jetzt haben wir nämlich 10 Angriff mehr. Beziehungsweise 10 Magieangriff. Ne, ähm. Es bringt irgendwie nix, wenn ich bei meinem richtigen Charakter, ne? Also sagt mir, wenn ich jetzt ganz dumm bin. Bei meinem richtigen Charakter habe ich mir einmal in Port Lux, das ist so eine neue Map, die wir noch später kriegen, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, da gab's irgendwie 3% auf den Ring. Da habe ich irgendwie dann 4 Stück angelegt, hatte ich sozusagen 12%, ne? Und komischerweise habe ich für jeden Schlag genauso viel EP gekriegt, als wenn ich nur 3% angelegt hätte. Deshalb finde ich, es bringt irgendwie überhaupt nix. Aber trotzdem überlege ich, ob wir gleich den nochmal killen und den nochmal hier versuchen zu droppen. Aber, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir eben Staub aus der Kohlenmine 1 gekriegt, wie auch immer. Von den Mobs, die droppen anscheinend ganz selten. Zum Beispiel jetzt. Und das machen wir auch nochmal. Und wetnet drop nix. Ah ja, ich meine jetzt für das Questding natürlich nicht, ne? Ja, so kann man sich rausreden. Also wir haben 2 von 7. Dauert noch ein bisschen die Quest. Wir killen nochmal da hinten. Kallit, Dings, Kallit, ja. Und dann werden wir mal sehen, was wir dann nachmachen. Erstmal hier schön umbringen. Armbänder. Warte. Ist Armbänder das, was wir brauchten? Jawohl, den legen wir wieder an. Wo ist er? HP-Raub, jetzt haben wir 2% HP-Raub. Ob es was bringt, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. 2%. Eigentlich kann es drauf scheißen, weil die ziehen ja meistens schon 100 oder so. Und dann, keine Ahnung, später, ich habe mal irgendein Video gesehen, da hatte jemand 4000 HP mit Level 150 oder sowas. Und der hat dann, immer wenn er 300 HP verloren hat, hat dann Skill gemacht, war wieder voll, ja. Da bin ich jetzt hier nicht der Profi, der euch sagen kann, wie das geht. Aber irgendwie wird das gehen. Ja, soweit von mir, ne? Okay. Wir machen jetzt noch diese Quest zu Ende. Das kann noch ein bisschen dauern. Geht doch. 3 von 7. Den hier wieder. Und nebenbei gucke ich immer ein bisschen auf die Prozente. Die geben hier ein bisschen weniger Prozente als die im Dungeon eben. Muss ich mal dazu sagen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil sie ein bisschen niedriger sind. Ja, genau, das liegt am Level. Wenn du zum Beispiel mit Level 30, 20er Mobs klopst, bringen die ja gar keine EP. Das ist ja auch wie bei LC, wenn du blau Mobs klopst, keine EP. Und hier ist es halt so, wenn du höhere Mobs klopst, kriegst du mehr EP. Muss halt nur was ziehen. Und wenn du niedrige Mobs klopst, kriegst du keine EP. Okay, so, 4 von 7, 5 von 7. Gleich haben wir die Quest erledigt. Und ich freue mich auch immer, wenn mir irgendwelche Leute komisch schreiben, wie Dank dem Let's Play weiß ich jetzt, wo ich die und die Quest abgeben muss. Habe ich auch schon oft erlebt. Und ich hoffe mal, dass ich das einigermaßen gut erkläre. Und nicht, dass hier irgendwer trotz meines Let's Plays eine Quest vollverkackt, weil er meine Ausdrucksweise und was weiß ich alles nicht versteht. Das wäre natürlich schade. Und ich hoffe, dass ich hier es einigermaßen gut erklären kann. Und auch erklären tue. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben. So, haben wir es geschafft. Jawohl, dann gehen wir jetzt erstmal hier schön in die Stadt. Können wir wieder die Quests hier abgeben. Wo war denn das? Achso, sehen wir ja links hier. Wieder bei den Ausrufungszeichen rechts und bei links, diesen ganzen Anleitungen. Erstmal zu Lehrmeister. Quest abgeschlossen. Boom, fast Level ab. Ne, haben wir nicht gekriegt, ne? Habe ich nicht darauf geachtet. Idiot. So, Crema. Quest abgeschlossen. Level 25. Boah. Erstmal Dexterity und Stärke für den Helmier-Skill. 70 Geschick. Hm. Achso, ich habe es Dexterity genannt. Das ist natürlich Geschicklichkeit. Aber ist ja genau das gleiche eigentlich. Quest abgeschlossen. Wow. Und hier sehen wir die Ehrenpunkte. Wir haben 8000 Ehrenpunkte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wirklich was bringt. Kann ich euch nicht sagen. Wir müssen einmal nach Green Despair und einmal nach Desert Scream. In Green Despair müssen wir zum Crema. Seen. Okay, dann gehen wir da hin. Und danach müssen wir wieder Investigator Camp latschen. Oh Gott. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. So. Wo ist denn der Kramer? Da hinten irgendwo, ne? Ja. Und wir haben immer noch die ganz alte Russi. Die brauchen wir. Wir müssen uns erstmal nicht um eine Russi kümmern, bis wir irgendwie ganz zufälligerweise eine Droppen neue, wie wir es schon gemacht haben. Oder bis wir irgendwie mal wirklich HP-Probleme kriegen. Ich finde, zur Zeit haben wir nicht ein Problem gehabt. Irgendwie das war Sterben. Oder sind wir schon mal gestorben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich, bisher läuft alles gut. Und bis dahin müssen wir auch nicht unnötig Geld für jede einzelne neue Russi ausgeben. Nein, da habe ich jetzt falsch geklickt. Okay. Habe ich wieder falsch geklickt? Okay. Schnurrbart eines Plant-Pantherhorns. Das ist doch hier vorne gleich. Ja, dann machen wir das auch. Dann geht es ja schnell vorbei. Werden wir gleich hier schon mal wieder die Rüstung, Rückstoßrüstung erhöhen. Können wir mal wieder übrigens leveln, wenn wir Magie-XP 29 haben. Steht da immer Skill-Rank, Voraussetzung, Lehrling 29 oder höher. Einfach mal hier das hier, Waffen so richtig konkret. Und wir haben schon wieder 55% fast. Schnurrbart eines Panthers. Ist das das? Plant-Pantherhorn. Müssen wir mal gucken. Ja, jawohl. Nehmen wir an. Und dann der Horn-Panther wird es wahrscheinlich nicht droppen, weil es was anderes ist. Aber der daneben, krasserweise. Wir haben wieder... Ja, hier bringen die schon ein bisschen mehr EP als hinten. Weil die hier einfach mal höher sind. Riesenspin ist 25, der hier ist 25. Die Dungeons waren halt irgendwie 29 oder so, wenn ich mich recht entsinne. Korallenorb, der hat wahrscheinlich nicht genug Angriff, weil... Ach, kann man gar nicht nutzen. Oh, ja, habe ich doch nichts gesagt. So, jetzt müssen wir irgendwie auf die Plant-Pantherhorns warten. Hier seht ihr schon, hier verlieren wir wirklich ein paar HP. Aber trotzdem, das heißt nicht, dass wir irgendwie voll am Abkacken sind, weil die eh zumal nie zu uns hinkommen. Es sei denn, wir greifen gerade wie gerade im Beispiel 2 an. Dann kommt es auch noch darauf an, ob die uns treffen, durch die Verteidigungsrate. Die liegt ja auch schon bei 500 ungefähr. Mein anderer hat, glaube ich, 2,6k. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Sagt mal, ist das gut? Mit Level 107. Also nur die Kabal-Zocker sollen das jetzt sagen. Der Rest kennt sich damit ja wahrscheinlich nicht aus. Aber, ja, drauf geschissen. So, den noch. Da, 5 von 7 liegt da hinten. Wenn der hier droppt, haben wir 6 von 7. Jawohl. Einen einzigen brauchen wir noch. Dann können wir die Quests abgeben. Und die Folge nähert sich auch langsam wieder dem Ende. Aber ich will euch nicht das Gefühl geben, nein, Folge gleich zu Ende. Ich versuche hier knallhart irgendwie darüber hinwegzudenken. Trotzdem gucke ich mal ab und zu auf die Uhr. So, da gehen wir jetzt wieder zu Scene. Der war ja da hinten. Da. Wenn wir abgeben, haben wir vielleicht Level ab. Dann sind wir fast Level... Wir sind entweder fast oder wir sind Level 26. So viel kann ich... Ja, 26. Boom. So, machen wir so, so, so und so. Ähm, Rückstoßding leveln wir auf 12. Das hält dann auch schon mal 390 Sekunden. Müssen wir nicht immer neu reinhauen. Das ist perfekt. Präzision können wir noch nicht... Achso, haben wir keinen Skillpunkt dazu. Auch nicht schlecht. Ja, haben wir jetzt die ganzen Skillpunkt hierfür ausgegeben. 160 Verteidigungsrate ist aber schon mal gut. Hier vorne haben wir eine neue Quest. Die nehmen wir gleich an. Und wir sind schon 26. Neun Folgen. Das geht irgendwie geil ab, oder? Drei Level pro Folge ungefähr. Sprich, okay. Green Despair finde Dickschicht. Dickicht, Dickicht, Dickicht meine ich. Aber brotten wir einfach nach da oben. Dickschicht, ja auch nicht schlecht. Schlingpflanze 51. Ja, sehr schön. Da kann man gut leveln. Also, jetzt erstmal am besten nicht leveln, weil ihr seht warum. Wow. Deshalb. Okay, Leute. Haben wir schon EP verloren? Nö, ne? HP. Nö. Okay. Aber ich sehe gerade, wir haben noch eine Quest hier. Vielleicht müssen wir auch da oben hin. Wir gehen natürlich da wieder hin. Keine Frage. Da werden wir schon rauskommen. Wir verlieren ja nichts. Okay, ich mache es. Ja. Bündelroter Pilz ist jetzt hier. Wir gehen erstmal nach oben. Vielleicht schaffen wir es. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Einfach ein bisschen ausweichen und dann klappt das. Yeah. Und hierfür jetzt eine neue Rusty anzulegen wäre ein bisschen mies, weil hier hätten wir ja nicht hingemusst. Hier bin ich nur hingegangen, weil ich keinen Bock hatte, da hochzurennen. Aber ich glaube, das ist verständlich. Und da unten ist jetzt irgendwo Dickicht. Ja, da. Komm. Da liegt irgendwo Dickicht rum. Das nehmen wir mal mit. Gepenn also in den alten Brief. Perfekt. Dann können wir jetzt da nach unten. Diese. Was ist das? Rote Pilze. Bündel. Dinger müssen wir jetzt wahrscheinlich drei verschiedene suchen. Die sind ein bisschen verteilt. Das weiß ich noch. Oder zwei. Auf jeden Fall reicht es nicht, wenn wir den einen anklicken. Das liegt hier ja rum. Moment. Kurz gekratzt. Hier sind die Bündel Pilze. Und hier müssen wir die Quest von eben abgeben. Ja, ja. Hier sieht gut aus. Danke. Weiß ich. Und hier ist dieser Bündel. Der erste. Moment. Ich finde noch einen Pilz. Der ist jetzt hier, wenn man hier reingeht. Mal gucken, ob ich es noch weiß, ohne dass ich auf die Karte gucke. La 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 la. Ach so, scheiße. Hier oben wird sogar angezeigt durch den Ding, das mir gerade ist aufgefallen. Also hier vorne ist gleich der nächste Pilz. Und dann weiß ich nicht, ob wir noch einen suchen müssen oder ob es das war. Ich hoffe, das war's. Ich habe alle Pilze gesammelt. Sehr schön. Wo müssen wir hin? In die Stadt. Nehmen wir diesen Rückkehrstein. Das kostet zwar jedes Mal einen Rückkehrstein, aber nur verkaufen wir es uns. Wir haben ja 2,6 Millionen. Mensch, es geht ja ab. No day go. So, Alchemist. Handy geht die Pilze aus. Quest abgeschlossen. Yeah. So, 30 von 42. Eigentlich bräuchten wir das für Level... Leute. Ich sehe jetzt erst, dass wir das für Level 30 bräuchten. Ich dachte, wir hängen voll hinterher und brauchen das für Level 20. Och Gott, ey. Ich muss mir immer nicht so einen Stress machen, Paul. Ganz ruhig. So. Ganz ruhig. Jetzt müssen wir zum Investigator-Camp. Nach Desert Scream. Krasser Scheiß. Wir gehen nach da unten. Dann können wir gleich mal schon von da aus rennen. Hier sind wahrscheinlich rote Mops. Naja, geht. So hoch sind die gar nicht, wie ich dachte. Aber ich glaube nicht, dass wir hier lebend rauskommen. Oder? Was glaubt ihr? Schaffen wir das? Wenn hier überall die Mumien kriegen... Die sind gar nicht Agro. Ja. Wenn wir das nicht schaffen, sind wir ein Haufen undankbarer Schweine. Also Mumienkrieger. Da müssen wir auch noch später Quests machen. Das wird ziemlich lustig. Ich hoffe, dass wir noch Level 27 schaffen, bevor ich jetzt gleich die Aufnahme beende, weil es jetzt schon 20 Minuten sind. Ich werde jetzt noch zum Investigator-Camp gehen. Das heißt, die Aufnahme beende ich wieder im Investigator-Camp. Das ist ja mies. Aber was soll's. Man hat halt nicht so viel Auswahl. So, der Hybrid-Manda Level 26. War mal ein Riesengegner für uns. Jetzt ist es eigentlich ein leichter Klacks. Trotz der schlechten Russi noch. Und die Waffe... Naja, die Waffen sind eigentlich saugut. So. Aufgabe gelöst. Fast Level ab. Okay. Werde mich wahrscheinlich in der nächsten Folge ziemlich ärgern, weil es keine Quests zurzeit... Ja. Als ob es keine Quests geben würde. So, hier. Was soll ich als erstes tun, wie du willst? Danke. Gehen wir nach Green Dispair. Geh zu Kata. Teleportierer. Machen wir nächste Folge, okay? Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und nicht voll zum Kotzen. Und ich bin jetzt weg. Wir sehen uns in Folge... Ähm... 10. Tschüss.